Gude Rheinhessen wird unterstützt von der EWR AG. EWR bietet die Crowdfunding-Plattform für euer Herzensprojekt in der Region. Zusammen mit der EWR Crowd stärken wir die Gemeinschaft. Startet jetzt euer Projekt auf ewr-crowd.de Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 2. Juni. So liefen der Start des neuen Euro-Tickets und des Tankrabatts in Mainz und Rheinhessen und Bundespräsident Steinmeier besucht Gerhard Trabert in Mainz. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir starten heute Morgen in Mainz. Wer hier am ersten Geltungstag des neuen Euro-Tickets einen Ansturm auf den ÖPNV, überfüllte Busse, Bahnen und Züge erwartet hat, kann durchatmen. Sowohl morgens, mittags wie auch abends bleibt die Lage entspannt. Am Hauptbahnhof herrscht am Morgen des lange erwarteten ersten Tag des neuen Euro-Tickets Normalbetrieb. Die Züge sind nicht überfüllt, auf den Bahnsteigen herrscht kein übermäßiges Gedränge und ein Verspätungschaos bleibt auch aus. Die Menschen, die aus dem Hauptbahnhof Richtung City eilen, berichten von normalen Verhältnissen in den Zugabteilen. Das bestätigt auch Jochen Erlhof, Geschäftsführer der Mainzer Verkehrsgesellschaft, MVG. Einen Ansturm auf Busse und Bahnen habe es am ersten Tag des neuen Euro-Tickets nicht gegeben, sagt er. Sehr wohl aber einen Ansturm auf den Verkauf des Tickets. Bis Dienstagabend seien bereits 40.000 Tickets nur über die MVG verkauft worden. Das Verkehrscenter der MVG in der Schottstraße habe am Dienstagabend sogar Überstunden schieben müssen, berichtet er. Kapazitätsengpässe befürchte man bei der Mainzer Mobilität nicht. Schließlich liege das Fahrgastaufkommen noch immer bei 70% im Vergleich zu den Vor-Corona-Zahlen, das Fahrplanangebot sei dagegen sogar ausgeweitet worden. In Richtung Wochenende oder Ferien könne sich das zwar ändern, meint Jochen Erlhof, allerdings sei hier vermutlich die Schiene mehr gefragt als der innerstädtische ÖPNV, gerade auf den Ausflugstrecken. Wir gehen nach Bad Kreuznach. Die Stadt Bad Kreuznach ist nicht groß, ihre Liebe zum alljährlichen Jahrmarkt umso stärker. Das kleine Gerücht, man könnte ja ähnlich dem Weinfestival im Churpark auch auf der Pfingstwiese künftig Eintritt von den Besuchern verlangen, wird da schnell zu einem Lauffeuer. Jahrmarks Bürgermeister und Ordnungsdezernent Markus Schlosser sagt dazu, ich dementiere nicht, dass das derzeit im Gespräch ist. Details wollte er jedoch nicht verraten. Es handele sich aktuell um interne Gespräche, so Schlosser. Da gab sich Dieter Gronbach schon weniger zugeknüpft, wenngleich er über die Quelle dieser Idee nichts sagen wollte. Aus den Reihen der Politik, nicht von der Verwaltung, sagte er lediglich. Der Vorsitzende des Freundeskreises Kreuznacher Jormark hat sich bereits mit dem Vorstand beratschlagt. Ein Eintrittsgeld widerspricht gänzlich dem Charakter eines Volksfestes, fand Gronbach deutliche Worte. Zudem stehe das Vorhaben in keinem sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Gronbach geht davon aus, dass der Aufwand, entsprechend Kassen an den Eingängen zu installieren und Personal dort abzustellen von jenen Eintrittsgeldern am Ende nicht viel übrig lasse. Von der technischen Machbarkeit, ein Gelände wie die Pfingstwiese abzuregeln, mal ganz zu schweigen. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Idee in Bad Kreuznach durchsetzt. Wir schauen auf den ersten Tag des Tankrabatts in Rheinhessen. Auch hier bleibt der erwartete Ansturm auf die Tankstellen aus. Stattdessen äußern Kunden und Tankstellenbetreiber mitunter deutliche Kritik an Rabatten, die nicht wirklich dort ankommen, wo sie ankommen sollten. An den Tankstellen in der Mainzer Innenstadt verläuft der Start ruhig. Die Autofahrer, mit denen wir an Tankstellen in der Innenstadt und entlang der Pariser Straße sprechen, freuen sich über niedrigere Spritpreise. Viele haben nicht erwartet, dass die Ölkonzerne die Senkung der Energiesteuer tatsächlich an die Verbraucher weitergeben und die Preise wirklich sinken würden. Andere bleiben trotzdem skeptisch und beklagen sich, dass der Start durch die vielen Steuern auf den Sprit immer noch zu viel an den immer noch hohen Spritpreisen verdient. Ähnlich ist die Stimmungslage in Alzey, in Gau-Algesheim und dem Kreisbad Kreuznach. Lediglich in Worms ist immerhin eine echte Autoschlange an einer Tankstelle zu entdecken, an der freien, nämlich unten am Hafen. Denn tatsächlich ist hier etwas zu erleben, was es vielerorts lange nicht gab. Der Dieselpreis ist mit 186,9 Cent sogar billiger als Superbenzin mit 187,9 Cent. Wir gehen noch einmal nach Mainz. Das Treffen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Sozialmediziner und Vorsitzenden des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland, Gerhard Trabert in der Obdachlosenambulanz auf der Zitadelle wirft seine Schatten voraus. Die Vorbereitungen für den Besuch des Staatsoberhauptes heute laufen bereits auf Hochtouren. Eine zentrale Rolle spielen die Sicherheitsvorkehrungen. Wie Renaldo Roberto, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mainz berichtet, plane die Polizei derzeit einen entsprechenden Sondereinsatz. Man beachte das Protokoll und geleite den Bundespräsidenten zu seinem Zielort und nach dem Termin wieder von dort weg. Straßen oder andere Zuwege würden nach derzeitigem Stand nicht gesperrt. Geplant ist das Treffen von Steinmeier und Trabert für 12.15 Uhr. Es soll mindestens eine Stunde dauern. Mit seinem Besuch löst Steinmeier ein Anfang März bei Traberts Besuch im Schloss Bellevue in Berlin gegebenes Versprechen ein. Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie freuen sich viele auf einen entspannten Sommer. Doch nun könnte Neues umgemacht drohen, wie der Blick nach Portugal zeigt. Das Land wird momentan von einer neuen Infektionswelle heimgesucht. Mit im Schnitt täglich 25.000 Neuinfektionen und einer 7-Tage-Inzidenz von etwa 1.800 Fällen pro 100.000 Einwohnern hat sich dort in den vergangenen Wochen der Omikron-Subtyp BA.5 rasant ausgebreitet und BA.2 nahezu verdrängt. Seit Ende März ist der Anteil von BA.5 in Portugal auf 80% gestiegen. Es deutet alles darauf hin, dass die Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 in den kommenden Wochen zu einem erheblichen Gesamtanstieg der Corona-Fälle in der EU führen könnten, heißt es seitens des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten. Zum Abschluss ein Blick in die USA. Sechs Wochen lang lieferten sich die Ex-E-Leute Johnny Depp und Amber Heard vor einem Gericht in den USA eine Schlammschlacht. In dem Verleumdungsprozess hagelte es schwere Vorwürfe. Nun hat sich die Jury größtenteils auf die Seite von Depp gestellt, aber auch Heard in einigen Punkten Recht gegeben. Das teilten die sieben Geschworenen der Richterin am Donnerstag vor Gericht im Bezirk Fairfax im US-Bundesstaat Virginia mit. Letztendlich muss Heard dem Urteil zufolge mehr als 8 Millionen Dollar an Depp zahlen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeinem-zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de